Aber die Regierung Karamanlis verbot meine Lieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dadurch, dass die Polizei meine Lieder angriff, wurden sie für das Volk zum Symbol des Kampfes. Und mit ihnen wurde ich es auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik